Es gibt schon wieder ein neues Ikonemode, das heißt hier Monster Mash und wie man hört gibt es hier eine interessante Musik dazu. Und das ist tatsächlich ein Lied aus 1962. Demnach ist das wirklich schon ein sehr, sehr altes Lied. Und hier gibt es jetzt auf jeden Fall den passenden, ich sag mal sehr außergewöhnlichen Tanz dazu. Das sind jetzt auf jeden Fall hier das neue Monster Mash Mode 4.500.